Gott sandte Lichtboten in die ganze Welt. Und es kommt eigentlich nur darauf an, wie sehr du in das Licht, in dir selbst reingehst. Und wenn du anfängst, das zu realisieren, wirst du immer automatisch anfangen zu predigen und automatisch anfangen, anderen Menschen davon mitzuteilen. Trotzdem versuchen die restlichen Rebellen, verzweifelt ihre im Eigenwillen geschaffene Welt durch Gentechnik, Digitalisierung und KI zu retten. Ich schwöre, macht voll Sinn, diga, fühle ich. Wo auch immer sie ein inkarniertes göttliches Wesen erspähten und erspähen waren und sind sie schnell zur Stelle. Sie machten und machen ihnen das Leben schwer. Durch Verleumdung, mit Lügen, Verketzerung, Ausgrenzung und sie beschmutzen das Ansehen. Diese erwachten Menschen mithilfe der ihnenhörigen Medien. Ja, 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 fühle ich. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die einzig wahre Love Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Gott sandte Lichtboten in die ganze Welt. All praise to the most high. Ich liebe euch. Fangt an zu beten. Seid dankbar und versteht, dass Gott eins ist. Alles. So, keine Trennung. Diese ganze Trennung und Spaltung, die wir in der aktuellen Welt haben, hat nichts mit dem Göttlichen zu tun. Am Ende sind wir im Kern alle das Gleiche. Und auch jedes Tier und die Natur. Ich liebe euch. Wir gehen rein, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Liebe geht raus. Peter geht los. Und los. Leo Tolstoy schrieb kurz vor seinem Tode an Mahatma Gandhi über die Lehre vom Gesetz der Liebe. Okay. Okay. Interesting. Wussten es. Denn Gott sandte Lichtboten zu allen Völkern dieser Erde. Täglich ist von Griechen... Ich glaube, er tut es immer noch. Wer von euch glaubt daran, dass es immer noch Menschen gibt, von Gott gesendet, die Menschen darauf aufmerksam machen sollen, was Gott ist oder wie sie in ihre Liebe und zu Gott finden sollen? Wer von euch glaubt, wer von euch glaubt, wer von euch glaubt, dass das nicht mehr passiert? Eins, wenn ihr denkt, dass es immer noch passiert. Zwei, wenn ihr denkt, nee, das war nur eine gewisse Zeit und das passiert jetzt nicht mehr. Und bereinigt sein. Erst wenn wir so leben, können wir geschützt werden. Warum? Und mitzuteilen so, was du da gefunden hast. Ich glaube, jeder Mensch hat das Potenzial dazu, so jemand zu sein, um ehrlich zu sein. Weißt du? Viele schaffen es nicht, weil wir halt abgelenkt werden hier in der Welt, aber eigentlich haben wir das alle in uns. Und jeder, der den Zugang findet, wird das immer anderen Leuten mitgeben. Würde, bildhaft gesprochen, seine schützenden Hände über uns halten. Dies kann als ein energetischer Schutzschirm bezeichnet werden. Dies mag für viele nach einem religiösen Ammenmärchen klingen, doch es sind kosmische Gesetzmäßigkeiten, die zwar bekannt sind, aber selten ernst genommen werden. In alten Schriften kann man noch Ansätze dieser Gesetzmäßigkeiten finden. Auch im Alten Testament beim Gottespropheten Jesaja. Ich sage ehrlich, ich glaube jetzt nicht, ich finde das voll interessant so, ich will dem nicht zu nahe treten, aber ich glaube 1,25 kommt entspannter für uns alle, oder? Sei ehrlich. ...zu lesen, denn so spricht Gott der Herr. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch still sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Jesaja, Kapitel 30, Vers 15. Doch die Menschheit befolgte diese Hinweise nicht, da sie meist kein Vertrauen in Gott hatte. Es mangelte auch an der Umsetzung des Gebotes der Nächsten Liebe und daran, Frieden im Alltag zu halten. Die Voraussetzung für diesen Schutz war so nicht gegeben. Doch eines ist sicher. An Wissen mangelte es nicht. Jedes Volk bekam die kosmischen Gesetze und Gebote gelehrt, denn Gott, unser aller Vater, sandte zu allen Zeiten seine Lichtboten zu allen Völkern, um sie aufzulehren und ihnen den Weg aus dem Erdensumpf zu zeigen. Sie lehrten die Menschen den Weg heraus aus Feindschaft und Krieg. Sie wiesen den Weg himmelwärts, den Weg zum Reich Gottes in uns. Dieses Reich würde sich dann auch im Äußeren manifestieren. Gott hat seine in die grobstoffliche Materie gefallenen und im Gesetz von Ursache und Wirkung verstrickten Kinder nie verlassen. Krass, ne? Krass. Er ist den durch die Lichtboten Gottes weltweit überbrachten Lehren und Lebensregeln gewidmet. Doch wie kam es zu dieser Unkenntnis über die Gesetze des Lebens? Warum mussten extra Lichtboten zu uns auf die Erde in die dichteste Materie gesandt werden? Aus alten und aktuellen prophetischen Schriften wird die Entstehungsgeschichte des materiellen Kosmos und des Menschen wie folgt beschrieben. Vor undenklichen Zeiten trennten sich eine große Anzahl Geistwesen von Gott, mit dem Ziel, eine eigene Schöpfung zu erschaffen. Da ist es doch der gefallene Engel, ne? Sie waren der hochmütigen Meinung, es besser machen zu können als Gott. Gott, der Urgeist, unser aller Vater, gab ihnen in seiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit als Leihgab. Naturabenteuer tippt 2,50 Euro. Bitte mach wirklich eine Community in der Natur, sehr naturnah. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Denn was wirklich zählt ist Liebe und Natur. Natur, man, Alter, ich liebe dich, bro. Muchas gracias, danke für deine 2,50 Euro und that's the goal, bro. That's the goal. I'll let you know. Ein Quantum seiner Allenergie, damit die abtrünnigen Wesen die Möglichkeit hatten, ihre eigene Schöpfung zu formen. Ich weiß nicht, Digga, aber diese Themen interessieren mich extrem, Digga. Chat, seid ihr auch so begeistert? Also ich weiß nicht. So alte Schriften und wie alte Propheten und Religionen gebildet, gegründet wurden, was die für ein Weltbild hatten und so. Keine Ahnung, mich juckt es voll. Doch diese göttliche Energie bekamen die Abtrünnigen lediglich geliehen. Und zwar für eine gewisse Zeit. Die Zeit beinhaltet das von bis. Sie trägt schon das Ende in sich. Und diese Zeit läuft nun bald aus. So aktuelle prophetische Offenbarungen. Okay. Diese materielle Schöpfung, in der wir auf der Erde leben, gehört Gott. Denn sie besteht aus heruntertransformierter göttlicher Energie. Trotzdem betrachten die rebellischen Abtrünnigen die Erde als ihren Herrschaftsbereich, nützen ihn als Stützpunkt für ihre dunklen Machenschaften und führen sich wie ein Gewaltherrscher auf. Diese dämonischen Kräfte sind, wie könnte es anders sein, untereinander uneins. Sie kämpfen um die alleinige Macht, obwohl ihre Zeit zu Ende geht, also das Ende ihrer dunklen Herrschaft längst beschlossen ist. Die ursprünglichen Anführer haben ihre überheblichen Pläne längst bereut und aufgegeben und sind auf dem Weg zurück. Trotzdem versuchen die restlichen Rebellen, verzweifelt ihre im Eigenwillen geschaffene Welt durch Gentechnik, Digitalisierung und KI zu retten. Ich schwöre, macht voll Sinn, der, gefühl ich. So soll nun schnellstmöglich eine künstliche... Vor allen Dingen macht auch Sinn, dass ich schon immer gefühlt habe, dass alles gut wird, so. Es macht einfach Sinn, so, weißt du wie ich meine? Also ich habe auch das Gefühl schon immer gehabt, dass alles gut wird. Egal wie schlimm die Welt wird, egal wie viele ekelhafte Sachen passieren und egal in was für eine Richtung wir da rein tendieren gerade so. Ich habe immer das Gefühl und gewusst, dass es quasi am Ende gut wird, so. Dass, 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 dass am Ende Liebe, Realness, Göttlichkeit, die guten Sachen werden gewinnen. So, ich weiß nicht, das, das ist wahrscheinlich der göttliche Teil in mir, der mir das schon so sicher bestätigt hat, so. ...entstehen. Sie scheuen weder Kosten noch Opfer, um dies zu realisieren. Die Mächte mögen... Die Transhumanisten hier, Digga. ...einmischung von... Eugenica Deus, weißt du, wie das läuft. Die ihre Vorhaben durch Aufklärung stören oder ihre wahren Absichten aufdecken. Deshalb sind ihnen alle Lichtboten, die von oben, also aus höheren Ebenen kommen, seit jeher ein Dorn im Auge. Wo auch immer sie ein inkarniertes göttliches Wesen erspäten und erspähen, waren und sind sie schnell zur Stelle. Sie machten und machen ihnen das Leben schwer. Durch Verleumdung, mit Lügen, Verketzerung, Ausgrenzung und sie beschmutzen das Ansehen Diese erwachten Menschen mithilfe der ihnen hörigen Medien. So, bis heute, meine lieben Freunde, kriegen wir noch mit. Täglich passiert das. Leute, die eine gute Message haben, die Menschen eigentlich nur anregen wollen, darüber nachzudenken, was das Leben eigentlich bedeutet und dass es viel mehr ist, als das, was uns erzählt wird. Wir werden bekämpft. Auf allen Ebenen. In früheren Zeiten ging das sogar nicht selten einher mit Folter und Ermordung. Viele der jüngeren Generationen kennen kaum noch die Namen der alten jüdischen Propheten wie Elias, Jesaja, Jeremia, Hosea, Daniel und viele mehr. Elias, geiler Name, finde ich irgendwie. Wie sollten sie auch. Darauf ist unser auf die Materie fixiertes Bildungssystem nicht ausgerichtet. Die meisten dieser Gottespropheten wurden durch die Priestergilde verfolgt und zu Tode gebracht. Jesaja zum Beispiel, der die Tieropfer als nicht von Gott angeordnete Rituale brandmarkte, wie man heute noch im Alten Testament nachlesen kann, wurde von der damaligen Priestergilde durch Zersägen des Körpers ermordet. Pfff, Bro, direkt in der Jarrack-Knoe, Digga. The fuck? Bro, die haben so einen Scheiß echt gemacht, ne? Die meisten anderen, Bro, weil der gesagt hat, ess kein Fleisch mäßig. Bruder. ...im alten Israel starben eines gewalttätigen Todes. Die Botschaften, die diese Lichtboten gebracht und gelehrt haben, sollen nicht bekannt werden. Oder sie sollen im Sinne der jeweiligen veräußerten Religionen verändert und verfälscht werden. So wie bei Jesus, Bro. Jeshua, Digga. Gang. So wurden viele der göttlichen Botschaften mit dem Gedankengut der damaligen Priester vermischt, die immer noch ihrem alten Götterglauben nachhingen. Die zum Beispiel mit Tieropfern und Ähnlichem. Habe ich nie gefühlt, diese Tieropfer, sage ich dir ehrlich. Habe mir Bibel ja auch reingezogen und so, ne? An dem Punkt, altes Testament, wo die dann mit diesen Tieropfern angefangen haben und da über Seiten lang. Also es ging wirklich über Seiten lang, wurde beschrieben, wie man Tiere opfern soll und so. Und es hat gar nicht mehr aufgehört. Da dachte ich mir so, Bro, das hat sich nicht göttlich angefühlt. Weißt du, da hört man auch einfach mal auf sein Herz. Und ich habe gemerkt, nee, der ist das nicht. ...besänftigt werden wollten. Auch wurde in ihre Botschaften aus dem Licht unzählige Aufrufe, angeblich aus dem Mund Gottes, zu Mord. Wir haben unseren Sohn Noah Elijah genannt. Das war irgendwie Eingebung, als ob es so sein musste, Bro. Elijah sagt dir wahrscheinlich, ne? Elijah, Digga, krasser Name, Bro. Elijah, I didn't man, Alter. Feier ich. Meine Tochter wird Elijah heißen. Alia meine ich. Meine Tochter wird Alia heißen, meine erste. Und mein erster Sohn wird Bruder. Entweder Leon, Digga, oder Joshua. Oder genauso wie ich, Leon, Joshua der Zweite, Digga. Weißt du, ganz genau, wie das läuft, man. Wir sind da. Und los. Klag. Vergewaltigung, Steinigung, ja sogar Völkermord hineingefälscht. Die historisch-kritische Bibelwissenschaft zum Beispiel nennt deshalb die Quellschrift zu den Büchern Mose Priesterschrift. In all den Jahrhunderten inkarnierten sich immer wieder Geistwesen freiwillig in einen Menschenkörper, um die beseelten Menschen in aller Welt aufzuklären. Sie lehrten die Wahrheit über die Entstehung der materiellen Fallschöpfung und des Menschen. Sie machten die Menschen auf den Sinn ihrer Inkarnation aufmerksam. Sie verkündeten die Regeln, also die Gesetzmäßigkeiten und Gebote des Lebens. Ich merke auch, dass das unser Job ist eigentlich. Ich glaube, es ist wirklich so, wie ich am Anfang gesagt habe, dass jeder von uns dieses Licht in sich trägt und jeder dahin kommen kann und jeder, der dahin kommt, das automatisch auch an andere Menschen weitergeben wird. Ich merke aber auch, weißt du, ich bin ja ehrlich zu euch, ich merke aber auch, wie die andere Seite, die dunkle Seite, quasi auch Aufmerksamkeit haben möchte. Ich merke diesen Kampf zwischen Gut und Böse in mir schon immer extrem. Weil ich halt auch ein extremer Charakter bin. Und bei mir, also mir fällt es manchmal schwer, das auszubalancieren und in der Mitte drin zu sein. Und mich zu krass von gewissen Sachen ziehen zu lassen. Jeder von uns kennt das ja. Aber ich merke immer wieder, wenn ich mehr auf der Lichtseite unterwegs bin und es schaffe, diese dunkle Seite in mir nicht zu krass Überhang nehmen zu lassen, geht es besser, läuft es besser, die Message kommt besser rüber. Mensch, ich kann mehr Menschen erreichen und ich fühle einfach ganz tief in mir, dass das das Richtige ist, weißt du. Und deswegen ist es ein konstantes Diszipliniertsein, es ist ein konstantes, sich auf das Gute zu konzentrieren, ein konstantes negative oder dunkle Seiten in sich, vor denen nicht wegzulaufen oder die zu unterdrücken, die wahrzunehmen, aber sich nicht dem hinzugeben, weißt du. Das ist crazy. Und sind ihren beseelten Geschwistern Vorbild und Wegweiser, damit diese ihre Fehlhaltungen dem Leben, den Menschen, den Tieren und der Natur gegenüber erkennen können. Licht und Schattenwesen. Ja, genau, ist so. Ist so, ist so. Sie zeigten ihnen, wie sie ihren Charakter veredeln können. Denn nur so kann ein belasteter Mensch seinem Schicksal entkommen. Einem Schicksal ausgelöst durch falsches Verhalten wie Zwietracht, Neid und Streit. So können sich die inkarnierten Seelen wieder auf den Weg machen, zurück in ihre wahre geistige Heimat, zurück in die himmlischen Welten, zurück zu ihren geistigen Familien und den geistigen Wohnplaneten, die sie vor undenklichen Zeiten verlassen haben. In dieser Dokumentation wollen wir uns auf eine weltweite Spurensuche begeben, um solche verborgenen Schätze der Wahrheit zu finden. Diese Vermächtnisse werden uns zeigen, dass Gott keine äußeren Religionen gegründet hat. Gott hat seine gefallenen Kinder nie verlassen. Licht und Schatten sind eins, bedeutet Heilung. Ja, ja, das habe ich auch gemerkt. Ich habe auch gemerkt, dass man halt, dass man, dass man, das habe ich auch schon jetzt vorhin gesagt, aber egal, ich sage es nochmal, dass man seine Schattenseiten nicht ignorieren sollte so und nicht unterdrücken sollte, weil die werden sich aufstauen und dann wird es vielleicht irgendwann explodieren. Man muss akzeptieren, dass man so ist, wie man ist und dass wir beides in uns tragen so. Man muss beides facen, man muss beides anschauen können und den Umgang damit verstehen und lernen. Und sobald du das machst, sobald du Licht und Schatten zulässt und beobachtest und dir dessen bewusst wirst, umso besser kannst du am Ende in Balance kommen. Weißt du? ... immer wieder Lichtboten in diese Welt, um Geistiges zu lehren und Weisheiten zu übermitteln. Um seine Kinder freizumachen von den Lasten, die sie sich durch ein ungesetzmäßiges Leben aufgebürdet haben. Vor allem ließ er sie durch seine Lichtboten wissen, wie sie sich erkennen können und so den Weg zurück in den Himmel, in die rein geistige Welt finden können. Diese zum Teil vor Jahrtausenden gegebenen Wahrheiten sind zeitlos gültig und können auch heute noch unser Inneres erheben und den Gottessuchenden und Willigen eine Hilfe sein, auf ihrem Weg zurück in die wahre Heimat. Die wohl wichtigste Lebensregel, die in allen Kulturen zu finden ist und die wohl jeder kennt, wird auch die goldene Regel genannt. Sie lautet, was du nicht willst, dass man dir tue, das fügt auch keinem anderen zu. Starkes Statement. Wenn wir nur ein bisschen danach leben würden, dann würde die Welt sich schon extrem verändern. Und es ist auch egal, ob im Internet oder im echten Leben. Was du nicht möchtest, was sie, also, wie sagt man das? Ich finde das geil. Ich habe das nie, ich habe immer Sprachfehler bei dem Spruch. Was du nicht willst, dass man dir tue, Was du nicht willst, dass man dir tue, Das fügt auch keinem anderen zu. Was du nicht willst, ja, so. Viele meinen, es sei ein Zitat, das auf Jesus von Nazareth zurückgeht. Doch dieses Zitat ist viel älter. Jesus von Nazareth lehrte jedoch sinngemäß ähnliche Worte. Alles, was ihr also von anderen erwartet, so tut auch ihnen. Matthäus, Kapitel 7, Vers 12 Interessant ist, dass laut den von Wikipedia veröffentlichten Recherchen Diese goldene Regel seit über 2500 Jahren. In verschiedenen Wortabwandlungen, in... Diese Regeln gab es auch schon, bevor überhaupt diese ganzen Schriften gekommen sind und so. Damals bei den Ägyptern und davor in Afrika und so. Glaubt mir das, Digga, die Ursprünge meistens sind sowieso in Afrika, Digga. Das wisst ihr nicht? Wissen die meisten Leute nicht. Aber viel spirituelles Wissen und viel spirituelles Gedankengut kommt von da. Und ich glaube, diese Gesetze des Universums gibt es, seitdem es das Universum gibt. Weißt du? Und Menschen, immer wieder Menschen haben den Zugang dazu gefunden und haben dann irgendwann angefangen, die Dinge auch aufzuschreiben und so. Aber diese Gesetze gibt es schon immer. Und ja, ich glaube auch schon immer gab es Menschen, die das verstanden haben und das versucht haben zu predigen. ...Kulturen und in allen großen Religionen auftaucht. Machen wir eine kleine Weltreise. In China schrieb man diese Regel dem Weisheitslehrer Konfuzius zu. Konfuzi, den Männer, da. Und los. Er soll gelehrt haben, was du selbst nicht wünschst, das tu auch anderen nicht an. Seine Botschaft, die er zu verkünden hatte, war das Idealbild eines veredelten Menschen, der unabhängig von seiner sozialen Stellung zu vollkommener Tugend gelangen soll. So. Tat riet er, dass er sich auf Sitteligkeit gründen soll. Konfuzius lebte von 551 bis 479 vor Christus. Mehrere Mal in seinem Leben musste er fliehen und untertauchen. Einmal... Boah, Digga. Guckt euch mal die Landschaft an hier. Was ist das? Diese Terrassen, das sieht doch ein bisschen aus wie... Auf jeden Fall Asien, Digga. Indonesien. Irgendwas Thailand-mäßiges so. Ein Attentat auf ihn verübt und so wanderte er viele Jahre durch das Land. Reisfelder. Ja, Mann. Das sind diese Terrassen, die gibt es auch in Bali. ... als Berater an verschiedenen Fürstenhöfen. Doch er war erfolglos, denn es gelang ihm nicht, einen Fürsten dazu zu bewegen, diese Lehre der Friedfert... China, Digga, stimmt. ...umzusetzen. Dies zeigt, wie schwer es sein kann, Licht auf diesen von der Dunkelheit in Beschlag genommenen Planeten zu bringen. Viele Lichtboten wurden verfolgt und hatten es schwer unter den nur auf die Materie bezogenen Menschen. Ja, 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 fühle ich. Dazu äußerte sich Konfuzius mit Worten, die tief blicken lassen. Vergebens habe ich nach einem einzigen Menschen gesucht, der es fertiggebracht hätte, seine eigenen Fehler zu erkennen und sich selbst ins Gewissen zu reden. Konfuzius nahm auch kein Blatt vor den Mund. Ey, was ich auch merke, ist, dass immer weniger Menschen überhaupt Verantwortung übernehmen wollen, Digga, weißt du? Ich merke immer wieder, ne? Ich habe es hier auch mit manchen Menschen zu tun und so, manchmal dann auch mit Mädels und so, Digga, dann hat man mal ein Date und so und dann unterhält man sich dies, das, bla. Letztens hatte ich, ich habe, ich weiß nicht, die zwei, zwei deutsche Mädels kennengelernt und so ein bisschen geredet und dann ging es um irgendeinen Typen und so und dann hat die ihre Beziehungsprobleme dann ausgepackt und so und dann habe ich gemerkt, die Leute wollen immer irgendwelchen anderen Menschen die Schuld geben, so und sind richtig, werden teilweise auch richtig pissig, wenn du denen sagst, dass die vielleicht auch mal selber Verantwortung übernehmen sollen und sich mal fragen sollen, was die selber vielleicht dazu beitragen, damit, dass sie immer wieder in solche Situationen reingeraten, so, ne? Bro, ich merke das richtig. Manche Leute, die wollen auch gar keine Hilfe haben, so, weißt du? Die wollen einfach immer andere Leute blamen für deren Umstände und ja, keine Selbstverantwortung übernehmen und wenn ich eine Sache gelernt habe in meinem Leben und durch den ganzen Scheiß, durch den ich schon durchgegangen bin, ist, Selbstverantwortung zu übernehmen, ist das Wichtigste für dich, was du eigentlich tun kannst am Ende des Tages, so. Weil solange du anderen Menschen die Schuld für irgendwas gibst, was in deinem Leben passiert, ne? Solange du anderen Menschen die Schuld für irgendwas gibst, was in deinem Leben passiert, haben andere Menschen Macht über dich und dein Leben. Das musst du irgendwann verstehen. Nimm Verantwortung. Natürlich haben andere Menschen meistens auch irgendwas dazu beigetragen, dass es vielleicht so weit gekommen ist oder nicht, aber am Ende des Tages konzentriere dich auf die Sachen, die du gemacht hast, dass es dazu gekommen ist, so. Und verändere das, was du gemacht hast, so. Dann wirst du nicht mehr in solche Situationen reingeraten, so, weißt du? So. Sagte, vergeblich habe ich nach einem... Don't ever play yourself. Bright Inside tippt 5 Euro. Falls du auch endliche Videos ansiehst, bitte unbedingt mal Bright Inside wie ZB oder die Zensur des Internets. Ich küsse dein Herz mal, Jutz. Danke für deinen Fünfer. Bright Inside sagst du, oder was? Bright Inside, den man hat, ne? Und los. Ich hab einen Discord, wo man Video-Vorschläge reinschicken kann. Ausrufezeichen Discord in den Chat auf der Link... Ich küsse deine Zählbedrüse. Ausrufezeichen Discord in den Chat auf der lichtigen, äh, hä hä hä. Auf der linken Seite gibt's einen Kanal, der heißt Video-Vorschläge. Da könnt ihr immer eure Video-Vorschläge reinschicken. Also check it out, Discord. Ausrufezeichen Discord in den Chat. Wir sind drin. Da kannst du mal gerne einfach mal ein paar Videos, die du gut findest, reinfetzen. Dann schauen wir da mal drüber. ... Ausschau gehalten, dessen Bestreben, seinen Charakter zu bilden, so stark gewesen wäre, wie die Befriedigung seiner sexuellen bedürft. Vergeblich habe ich, äh, habe nach einem Menschen Ausschau gehalten, dessen Bestreben, seinen Charakter zu bilden, so stark gewesen wäre, wie die Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse. Wow! Über Konfuzius ist überliefert, dass über ihn gesagt wurde, ist das nicht jener Mann, der weiß, dass seine Ideen nicht zu verwirklichen sind, aber dennoch nicht davon ablässt? Kommen einem solche Worte nicht bekannt vor? Vor kurzem hieß es in einer Radiosendung des Westdeutschen Rundfunks, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Darin sind sich neuerdings Politik, Medien und selbst die Kirche einig. Dies zeigt, wie weit sich die Menschheit von einer friedfertigen Vision und auch von der Lehre des Jesus von Nazareth entfernt haben. Die haben sich entfernt von Spiritualität generell, Spiritualität, auch die religiösen Menschen so. Die lesen Bibel, die machen Community Work und so, ist alles geil. Aber wirklich zu glauben bedeutet, dass du auch mit dir selber, also es ist ja nicht verkehrt, eine Community zu haben, Kirche zu gehen, Moschee zu gehen, Freitag beten mit anderen Menschen, Community Arbeit zu machen. Aber das Allerwichtigste ist, im Stillen zu Hause mit dir selber, wie ist deine Verbindung, wenn du deine Augen zumachst, mit dem Göttlichen? Deine eigene persönliche Verbindung damit so. Das ist das, was eigentlich wirklich zählt und das vergessen sehr viele Leute heutzutage, habe ich das Gefühl. Ja, die gehören einer Religion an, die gehen Community-technisch, die gehen mal in die Kirche, gehen mal in die Moschee, machen mal dies, machen mal das. Aber die setzen sich nicht zu Hause hin, machen die Augen zu und versuchen 15 Minuten einfach nur Verbindung mit dem Göttlichen zu haben, so. Am Tag, weißt du? So, da ist es verloren gegangen irgendwie. Eine friedfertige Lehre zu verbreiten, ist nicht einfach. Und je mehr der Begriff Feindesliebe oder auch nur das Wort Friedensgespräche zum absoluten Unwort wird, umso schwieriger wird es. Konfuzius wurde damals gefragt, warum seine Lehre nicht bekannt geworden sei. Er antwortete, ich klage den Himmel nicht an und schelte nicht die Menschen. Aber was die Menschen hier unten lernen, wirkt sich dort oben aus. Vielleicht bin ich schließlich doch bekannt. Zwar nicht hier, aber im Himmel. Konfuzius sagte auch, vom Himmel kommt die ganze Kraft, die in mir ist. In China war es nicht ungewöhnlich, wichtige Texte in Stein zu meißeln, in sogenannte Stelen. Als Stehle wird... Meiß Lirin, Alter, voll episch, ne? China, ein... Guck dir mal die Tafeln an. Ca. 3 Meter hoch... Bruder, chinesische Zeichen, auch wilde Ausstrahlung, finde ich, ne? Muss man sich auch... Also ich will mir auch, ich will mir von jeder Kultur, von jedem, von jeder Richtung, von jeder Sprache irgendwas tätowieren lassen. Ich will alles auf meinem Körper vereinen, was es gibt. So. Das hab ich schon voll, also das fühle ich, seitdem ich erste Tattoo gemacht habe, deswegen hab ich auch arabische Tattoo Afrika. Ich will mehr, Digga. Ich will irgendwas auf Chinesisch, irgendwas auf Russisch, Digga. Ich will Buddhismus, ich will... Bro. Everything. Freistehende, monolithische Steinplatte oder Pfeiler bezeichnet, auf dem wichtige Texte oder Botschaften eingemeißelt wurden. Vielleicht kommt von daher der Ausdruck, in Stein gemeißelt. Vielleicht sogar die Aussage Jesu, als seine Jünger schweigen sollten. Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Wenn wir bedenken, was von alten, vor Jahrtausenden untergegangenen Hochkulturen noch erhalten... Sexy, ne? Chinesische Schriftzeichen sind sexy, finde ich. Dann sind... Arabisch auch. Edel. Ich glaube, das sind die most beautiful, so geschriebene Sprachen, Chinesisch und Arabisch. Gebrannte Ton, Steinskulpturen und in Stein gemeißelte oder in gebranntem Ton überlieferte Zeichnungen und Schriftzeichen. In diesem Sinne könnte man das Zitat Jesu auch verstehen. Ah, hier, geil. Das ist Ägypter, oder? Sumera. Wie dargelegt, überleben in Stein gemeißelte Schriftzeichen Tausende von Jahren meist unbeschadet. Durch solche steinernen Stehlen wurden die Lehren des Konfuzius bis in die heutige Zeit abend überliefert. Der Vorteil ist offensichtlich. Keine Schreiberlinge, Übersetzer, politische oder religiöse Obrigkeiten konnten die in Stein gemeißelten Texte nachträglich abändern und verfälschen. So unbequem sie für viele vielleicht auch waren. Ein weiterer Vorteil war, dass auch das einfache Volk mit handgemachtem Papier und durch eine einfache Technik die Schriftzeichen jederzeit von der Stehle kopieren konnte. Das Papier wurde auf und in die Schriftzeichen geklopft und nachher sorgfältig eingefärbt, sodass nur die vertieften Schriftzeichen weiß blieben. Diese Möglichkeit wurde über mehr als 2000 Jahre und sogar bis heute genutzt. So konnte sich jeder auf einfachste Weise die unverfälschten Lehren im Originalzustand, wie sie vor über 1000 Jahren in die Stehlen gemeißelt wurden, zu Hause aufbewahren und lesen, ohne dass eine komplizierte und kostspielige... Ey, wisst ihr, was ich mich schon immer gefragt habe? Denkt ihr, dass es so etwas auch gefälscht gibt? Könnt ihr euch vorstellen, dass solche Steintafeln oder Steinsachen in den Pyramiden oder an irgendwelchen Funden auf der Welt, dass die gefälscht wurden? Ich habe mich schon manchmal gedacht, das kann doch auch sein, Digga, wir wissen doch nicht, die Leute, die das entdeckt haben, die könnten auch einfach das so herrichten, wie sie wollen und das dann erst uns zur Verfügung stellen, damit wir uns das reinziehen können. So, weißt du, wie ich meine? So, ganz ehrlich. Also ich glaube, viele von diesen Kultstätten und viele von diesen Städten, an die die Menschen reisen und sich reinziehen, Pyramiden und was auch immer so, da wurde bestimmt auch viel Unfug getrieben und viel Sachen verändert und weggenommen, dazu gedichtet und so, um uns zu verwirren. Ich weiß, ich bin ein mieser Verschwörungstheoretiker, ich bin ein mieser Mystiker, aber ich kann mir heutzutage wirklich alles vorstellen. So. Und ich habe einfach gemerkt, dass das System und die Leute, die in Charge sind, so mehr oder weniger uns versuchen, von unserer Power fernzuhalten und dass die dafür auch über Leichen gehen würden und wirklich alles dafür tun würden. Ich nicht benötigt wurde. Berühmt ist der Stählenwald von Xi'an. Diese Stählensammlung mit fast 4000 Stählen ist die größte in Stein gemeißelte Bibliothek in China. Kunstvolle Abdrucke, sogenannte Steinabreibungen von den Stählen, werden auch heute noch gemacht und angeboten. Interessant ist, dass sich unter den 4000 Stählen auch eine Stähle mit einem kleinen Kreuz befindet. Sie wird die Nestorianische Stähle genannt. Sie berichtet über eine vergessene urchristliche Gemeinde, die es damals in dieser chinesischen Provinz gegeben hat. Krass. Oben auf dem Stein steht, Stähle zur Verbreitung der... Manche behaupten, dass Jesus auch in Asien unterwegs war und auch mit Buddha gechillt hat und so. Und sich mit indischen Lehren und so auseinandergesetzt hat. Einfach mit spirituellen Sachen generell. In 1756 chinesischen Schriftzeichen und 70 Wörtern in syrischer Schrift wird auf dieser Stähle berichtet, dass im Jahre 635 ein Urchrist aus Syrien ins Land gekommen sei. Man nannte ihn den rechtschaffenen Alopen. Er habe die wahren heiligen Schriften bei sich getragen. Mithilfe chinesischer Gelehrter seien die Evangelien übersetzt worden und hätten beim damaligen Herrscher große Beachtung gefunden, so dass Kaiser Taizong drei Jahre später, im Jahr 638, ein Toleranzedikt erlassen habe, das die Ausbreitung dieser urchristlichen Lehren ermöglichte. Über 100 Jahre erblühte darauf das Urchristentum entlang der Seidenstraße. Ohne diese Stähle wüsste man heute wohl nichts über diese urchristliche Gemeinschaft in China. So kann man auf diesen Stählen auch heute noch die Lehren des Konfuzius finden. Kaiser Tang Wengzong ließ die Stählen im Jahre 837 anfertigen mit dem Hinweis, dass damit in künftigen Abschriften Fehler und bewusste Verfälschungen vermieden werden. Die Lehren des Konfuzius bleiben so auf diesen Stählen mit über 650.000 Zeichen auch für die zukünftigen Generationen erhalten. Unter den Lehrsätzen befinden sich neben der goldenen Regel Aussagen wie diese. Begegne den Menschen mit der gleichen Höflichkeit, mit der du einen teuren Gast empfängst. In China entspricht das Zeichen für Güte auch dem Wort Nächstenliebe. Dazu sagte Konfuzius, wessen Herz nur ein bisschen auf Güte eingestellt ist, wird niemanden ablehnen. Konfuzius habe gelehrt, Ich merke das auch, ich will auch wirklich noch mehr daran arbeiten, noch bewusster zu sein. Manchmal, wenn ich in Hektik bin, glaube ich, dass ich Menschen dann zu, so, so, keine Ahnung, ich bin in Hektik und gehe in irgendeinen Laden rein und muss eigentlich schnell machen und die macht dann voll langsam und so, dass ich dann so, Dings, so negative Vibes habe und denke in meinem Kopf, so negativ denke, so, Alter, mach mal schneller jetzt, was machst du da, Digger? Ja, so, da wünsche ich mir manchmal, dass ich da noch bewusster werde und das nicht denke. Ich will das gar nicht erst denken, Mann, so negativ über andere zu denken oder so. Kennt ihr das? Man ist auch so geprägt von dieser Welt, Alter, auch Internet und so, dass man manchmal einfach negativ über irgendjemanden denkt, so. Ich hasse das, Digger. Sorry, aber ich, ich, hassen sollte man nicht, aber ich mag das nicht an mir selber manchmal, dass ich negative Gedanken einem anderen Menschen gegenüber habe, den ich nicht mal richtig kenne, Digger, weißt du? So. Das hat der Mensch nicht verdient und deswegen, ja, da so, muss man einfach noch bewusster werden, so finde ich, weißt du? Da will ich auf jeden Fall in Zukunft noch mehr dran arbeiten. Einfach korrekter zu sein, Digger, weißt du? Und nicht so zu denken und nicht so, ja, das Negative so. Weißt du, ich weiß nicht mal, wo das herkommt, weißt du? Prägung wahrscheinlich, ne? Weil das normal ist in der heutigen Welt. Wenn die Lehren der Menschlichkeit, Sittlichkeit, Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit gelebt würden, dann würde es keinen Zorn mehr gegen einen geben. Weder im Staat noch in der Familie. Er sagte auch, der wahrhaft Edele predige nicht, was er tue, bevor er nicht getan habe, was er predigt. Dies ist ein wichtiger Satz. Der edle Mensch predigt nicht von Dingen, die er selbst noch nicht in seinem Leben umgesetzt habe. Er missioniert nicht. Er gibt nur aus seinen Erfahrungen. Dann fügte er noch einen typisch konfuzianischen Satz hinzu. An einem edlen Pferd schätzt man nicht seine Kraft, sondern seinen Charakter. Und weiter, der Edele hat Würde, aber er ist nie hochmütig. Boom. Gemeine Mensch ist hochmütig, hat aber keine Würde. Gang. Die Frage nach einer Richtschnur des Handelns für das ganze Leben sagte Konfuzius, das sei die gegenseitige Rücksicht. Voll die Vibes, ne? So ein älterer chinesischer Mann mit diesen Bärten und so, die haben Vibes, bro. Vibre Mann hat er. ...wörtlich. Was man mir nicht antun soll, will ich auch nicht anderen Menschen zufügen. Diesen Satz, der ebenfalls der goldenen Regel entspricht, findet man in China oft im Eingang von Wohnhäusern als Überschrift der Hausordnung. Okay. Als kleine Kinder lernen in den Schulen solche Sätze auswendig. Auch wenn... Wichtig. ...moment den Sinn noch nicht ganz verstehen würden. Hey, hey, what's up, man? So seien sie später als Fundament für ein positives Leben in ihnen gespeichert. So ein Lehrer. In einer Tiff... Cool, die danzen und so, Digga, voll die Vibes in der Schule, heftig. Kommentation über China sagte ein Bürgermeister, dass er ratlos gewesen sei über die zunehmende Kriminalität in seinem Dorf. So habe er überall Banderolen mit den Lehren des Konfuzius aufhängen lassen. Bald habe es keine Einbrüche und keine Kriminalität mehr gegeben. Tatsächlich sind diese konfuzianischen Morallehren sehr tief in der chinesischen Kultur verankert. Zum Beispiel, dass... Generell glaube ich, habe ich das Gefühl, dass in Asien auf jeden Fall auch noch eine stärkere Connection mit so Glauben und was Höherem am Start ist als bei uns in der westlichen Welt so, weißt du? Das Gefühl auch, was ich so höre vom Thailand, Bali und so, die Menschen sind da noch mehr so, die glauben halt an Afterlife und solche Geschichten und deswegen sind die ein bisschen anders unterwegs, was andere Menschen behandeln angeht und so, weißt du? Als wir bei uns in der westlichen Welt. Es ist ja quasi mittlerweile so, dass in der westlichen Welt mehr Menschen daran glauben, dass es nur die materielle Welt gibt als Menschen, die daran glauben, dass es auch sowas wie Gott oder eine Seele gibt. Also es gibt mehr gottlose Menschen mittlerweile in der westlichen Welt als gottesfürchtige. Das siehst du halt auch im Alltag so, ne? Als Kind seinen Eltern und Großeltern gegenüber die Pflicht habe, sie zu ehren und im Alter zu pflegen. Auch im Hinduismus findet man in einer Grundlagenschrift aus dem Jahre 400 v. Chr. den Satz, der sinngemäß der goldenen Regel entspricht. War eine Moschee, oder? Das ist nicht eine Moschee? Doch, safe. Man soll niemals einem anderen antun, was man für das eigene Selbst als verletzend betrachtet. Dies, im Kern, ist die Regel aller Rechtschaffenheit. Interessant ist, dass in den Geboten der Nächstenliebe, in den über 3000 Jahre alten Texten, ausdrücklich auch die Tiere eingeschlossen sind. Bam. Hören wir auch einige Zitate aus den Veden zu diesem Thema. Du sollst deinen von Gott gegebenen Körper nicht zum Töten von Gottes Geschöpfen gebrauchen. Weder Mensch, noch Tier, noch irgendein anderes Wesen. Fühl ich, Diggi. Was soll ich dir sagen? Ich fühl das. Ausdrücklich wird in... Guck doch mal an, die Tiere. Die sind doch nicht da, um die einfach zu töten. Die sind auch noch so ekelhaft, wie wir sie töten heutzutage. Come on, Bro. Jeder, der ein bisschen Gefühl hat, so der, 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 Bro. Konsument in die Verantwortung genommen, wenn es zum Beispiel heißt, wer dem Töten des Tieres zustimmt, wer es schlachtet, es tötet, wer es als Fleisch kauft oder verkauft, wer es zubereitet, darbietet oder isst. Sie alle sind Töter. Dazu findet man auch eine Erklärung in diesen uralten Schriften. Bedenkt man die abscheuliche Herkunft von Fleisch und die Grausamkeit, die die Gefangenschaft und das Schlachten verkörperter Wesen mit sich bringt, dann sollte man sich des Fleischessens völlig enthalten. Das macht doch auch voll Sinn, weißt du, wenn du überlegst. Also ich glaube halt an Vibes, an Energien. Ich glaube daran, dass Energien nicht gehen, sondern sich immer nur übertragen. Und wenn du dafür sorgst, dass ein Lebewesen sein ganzes Leben lang schlechte Energien hat und auf ekelhafteste Art und Weise gehalten und getötet wird und du isst dieses Fleisch von diesem Tier, wie kann man daran nicht glauben, dass diese Vibes und diese Energy, die da entstanden ist, nicht auch zum Teil auf jeden Fall in dich auch übergeht so, weißt du? I don't know, Bro. Das ist für mich ganz logisch. Ganz, ganz logisch. Und weiter heißt es, Fleisch kann man sich nicht verschaffen, ohne anderen Lebewesen Gewalt anzutun. Deshalb sollte man den Verzehr von Fleisch vermeiden. Auch im Jainismus, einer ebenfalls in Indien beheimateten Glaubensgemeinschaft, die ihre Anfänge im 5. Jahrhundert Christus hat, wird in ihren Lehren auf die Nichtverletzung von Lebewesen hingewiesen. Ja, in einigen Lehrsätzen wird auch der Schutz von Pflanzen gefordert. Der Mensch möge sich so ernähren, dass keine Tiere dafür leiden oder sterben müssen und Pflanzen nur im unvermeidlichen Maß geschädigt werden. Das ist wild, ja. Das ist wild. In den Lehrsätzen ist zu lesen, hat man das Gesetz erfüllt und die Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit überwunden, dann sollte man von erlaubter nach... Machen wir mal eine Frage in den Chat. Was denkt ihr, meine lieben Freunde, zu dem Thema? Sagt ihr, dass... Wie steht ihr zum Fleischkonsum? Weißt du, wie ich meine? Wie steht ihr dazu, wie wir die Tiere heutzutage töten und wie viel wir von dem Shit konsumieren? Sagt ihr, dass es gut ist? Sagt ihr, dass es richtig so ist? Eins, sagt ihr, boah, Digga, also ich will drei Optionen machen. Ich will sagen, eins für Leute, die sagen, das ist vollkommen okay so und das ist genau richtig so, Massentierhaltung und wir sollten die nur... Die sind nur da, um schlecht zu leben und abgeschlachtet zu werden. Eins. Zwei ist, wenn ihr sagt, das Gegenteil und auch so vegan eigentlich fühlt, so wie ich. Selbst wenn ihr nicht vegan seid, sagt, ey, eigentlich sind Tiere dafür da... Also eigentlich sollten wir Tiere beschützen und besser mit denen umgehen. Und drei, wenn ihr sagt, so ein Mittelding, weißt du, wenn ihr gegen Massentierhaltung seid und so, aber trotzdem denkt, dass der Mensch über dem Tier steht und dass die schon dafür da sind, dass wir sie essen, so. Gang. Kurz mal so als Vibes in den Chat rein. ...leben und alle Lebewesen so behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Wie in allen Religionen findet man auch im Buddhismus die goldene Regel in etwas abgewandeltem Wortlaut. Was für mich eine Unliebe und unangenehme Sache ist, das ist auch für den anderen eine Unliebe und unangenehme Sache. Was da für mich eine Unliebe und unangenehme Sache ist, wie könnte ich das einem an... Interessant, interessant. ...aufladen. Auch Buddha erweitert die goldene Regel auf alle Lebewesen. Meine Liebe gehört den Kreaturen. Das ist normal, glaube ich, wenn du spirituell wirst und Verbindung aufbaust zu Gott, dann wirst du merken, ey, ich liebe alle, also alles, alles, was lebt, so. Es ist alles geil, es ist alles schön, es muss alles beschützt werden. Ich muss da, ich muss darauf da, also Ausschau halten, dass ich diesen Lebewesen und allem, was lebt, irgendwie einen gewissen Respekt gegenüber, so, weißt du, und damit umgehe, vernünftig umgehe, so. Geschaffene und Lebendige mögen alle Wesen, welche Art auch immer sie seien, nichts erfahren, wodurch ihnen Unheil droht. Möge ihnen niemals Böses widerfahren. Jedes Lebewesen verdient es, ein Gefühl von Sicherheit und... ...geildiger Resenwild... ...ergehen zu genießen. Wir müssen das Leben schützen und anderen Glück schenken. Fakt. Alle Lebewesen, seien sie groß oder klein, zwei- oder vierbeinig, ob sie schwimmen oder fliegen, sie alle haben das Recht zu leben. Wir dürfen andere Lebewesen nicht verletzen oder gar töten. Wir müssen das Leben schützen. Der Verzehr von Fleisch tötet den Keim der großen Barmherzigkeit mit allen Lebewesen. Buddha sagte, dass, wenn niemand Fleisch äße und es kaufen würde, auch niemand Tiere zu diesem Zweck töten würde. Wie wir sehen, ist im Hinduismus und im Buddhismus überliefert, dass das Töten von Tieren und das Essen von Tierfleisch nicht gerade ein Verhalten ist, das der Veredelung der Seele förderlich wäre. Man denkt vielleicht, das mögen Besonderheiten dieser beiden Religionen sein. Geht man der Sache auf den Grund, dann erkennt man, dass auch China in früheren Zeiten eine lange vegetarische Tradition hatte und in Japan war über tausend Jahre das Töten und Essen von Tieren, auch von Fischen, gesetzlich untersagt. Krass. Diese Gesetze wurden unter vielen Herrschern immer wieder ausgebaut und erneuert. Selbst das Aussetzen von Haustieren wurde streng geahndet. Das Tier hatte ethisch gesehen offensichtlich einen hohen Stellenwert und es galt, als beseeltes Wesen zu schützen und zu hüten. So. Diese Gesetze wurden erst nach dem Erscheinen der ersten Missionare im Laufe der Zeit aufgeweicht und später ganz aufgehoben. Es soll in dieser Dokumentation jedoch nicht für Vegetarismus oder Veganismus geworben werden. Dies muss jeder selbst entscheiden. Immerhin sagte Jesus auch, dass das, was vom Munde ausgeht, wie menschliche Worte, oft schädlicher sein kann, als das, was zum Munde eingeht. Dieb. Trotzdem fragt man sich. Guter Punkt hier, Digga. Fifty-fifty würde ich sagen. Für alle Leute, die das Ding gerne alleine zu Ende gucken wollen, ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Für alle Leute, die Bock haben, dass wir das zusammen noch zu Ende gucken, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Generell würde mich interessieren, was eure Meinung zu den gesagten Themen ist. Und deswegen schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Ich liebe euch. Ich fand das sehr spannend, sehr interessant. Ich beschäftige mich gerne mit solchen deepen Sachen, die tief gehen, die sich mit alten Glaubensrichtungen, mit Religion, mit Spiritualität, mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzen. Wichtig und richtig, meine lieben Freunde. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Peace out. Gang.